Wasseraffinität Aqua Affinity Alle Infos über Wasseraffinität Aqua Affinity, was es bewirkt und wie du es bekommst. Wasseraffinität Aqua Affinity gehört zu den Rüstungsverzauberungen, ist aber nur für den Hellen. Maximales Level dieser Verzauberung ist Level 1. Wasseraffinität Aqua Affinity beeinflusst die Abbaugeschwindigkeit unter Wasser. Sobald du mit dem Kopf unter Wasser bist, wird die normale Abbaugeschwindigkeit um das Fünffache verlangsamt. Mit Wasseraffinität Aqua Affinity wird dies aufgehoben und du kannst Blöcke unter Wasser normal abbauen. Während du schwimmst, ist die Abbaugeschwindigkeit um das Fünffache verlangsamt. Mit Wasseraffinität wird diese nur auf das Fünffache reduziert. Du hast eine 5,12% Chance, diese Verzauberung in einem Zaubertisch zu bekommen. Natürlich kannst du sie auch bekommen, wenn du mit Dorfbewohnern handelst. Wie handelst du mit Dorfbewohnern, um deine gewünschte Verzauberung zu bekommen? Das siehst du in diesem Video. Klick es einfach an! Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib diesem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. Hau rein und bis dann!